Ja, sprich rein! Karl Kühn. Mann. Hast du? Steht da live? Findet er nicht. Junge. Du musst reinsprechen! Ich? Irgendwas mit 4. Ich hab grad mein Handy nicht hier. Aber kannst bitte ausmachen. Weil das scheiße. Hast du eine Saunas-Map? Tobias Reuke. Servus. Ich bin's. Hast du eine Saunas-Map? Ah ja, stimmt. Ey, doch. Dich hört man. Ich hab's angemacht. So, Leute. Ich mach mal jetzt ernst, wie ich kann. Ich hab's angemacht. Ja, ich hab's angemacht. Ich hab's angemacht. Ich hab's angemacht. Ja, Leute. Ja, das ist nicht schlecht, oder? Das war's noch nicht ganz, Mann. Warte, ne. Ja, ja. Die Map, ob die gut ist? Ja, eigentlich schon. Leute, das braucht nicht. Ey, halt über mir! Nein! Nein! Ein HP, Leute. Ja. Ich spiele auf PC4, aber mit Maus und Keyboard. Wie das Spiel ist so unlogisch. Wie das Spiel ist so unlogisch? Oh, ja. Ja. Was für Ape hast du? Aha. Ja, ja. Dieses Spiel ist so unlogisch. Genau. Ne, ich spiele nie mehr Kappa. Nee, Leute, es baut nicht. Ach, das ist so unlogisch. Einer. Ich weiß nicht, ob die mich nicht finden, aber... Nein, Leute. Nein, Leute. Nein, Leute. Ohne runterschießen. Wir spielen, ne? Nö, kein Bock mehr. Lass du's, Alter. Lass du's. Wo wohnst du eigentlich? In welchem Bundesland? Nordrhein-Westfalen? Ich? Brandenburg. Eigentlich nicht so weit weg. Was für Gratis? Kann mich mal jemand einladen? Ah, kein Gratis. Kann mir auch. Mh, konnte englern werden. Och, jetzt krieg ich die Fleisch. Hey, Margarina. Ich hab's in der Arena. Ich hab's in der Arena. Was? Den du grad an hast? Den du grad an hast? Den du grad an hast? Magst du den? Magst du den? Ja. Okay. Findest du meinen? Findest du meinen? Findest du meinen? Und in der Variante? Ja, der war zum letzten Mal in Chapter 2, Season 1 drin. So, Leute. Was nehmen wir für Scheisskind? Oder wie der? Ja. 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 Ja, warte schnell. Achso. Stimmt. Warte. Mave knackert wahrscheinlich. Ähnlich. 250 Grad. Was? Ein sogenannter Felix Bochum. Felix Bochum. Machst du das gleich noch mal oder was? Ähm, morgen ja vielleicht. Nächste Runde nämlich Elite Agentin. Wer hat von euch Elite Agentin auf den Account? Ich nicht. Echt? Echt? Ich bin der Einzige. Ich hab nen Freund, der Elite Agentin hat. Hm. Äh, Bock auf heute? Auf heute? Ja. Boah. Okay. Ich hab alle eine, andere... Ja, ich hör mehr. Oh, so doppelt, Alter. Doppelt, Alter. Yo. Ich? Ich hab äh, 2.541. 2.284. Aber ich hab auch ein bisschen Minus genommen. Ich hab 2.541. Ich hab die meisten... Ich hab die meisten... Ich hab schon 2.500. Hab ich schon. Aber hab so gern. Ja, ja... Ich hab das Gäste... Ich hab die meisten... Nein... Rolleiert los... Es spielt nicht so gut. gleich ich habe kein schweif weil aber aber ich habe keine waffen was ich machen hat da wollen hast du 23 schuss Kugfa der wird doch safe stehen hr jetzt habe ich schon ich ich finde den nicht so geil Agent des Chaos Hat jemand von euch diesen Skin? Aber niemand von euch hat diesen Skin. Auf 100 Euro! Mh mh Hä? Shatter 20 in 1 Heute schon auf Winter? Ob es wieder Geschenke gibt? Mh Herr welchen Ah der ist cool Yes